Ich helfe dir dann beim Rauskämpfen. Haha, tot und sofort wieder lebendig. Sweetheart. Ey, hier müssen wir doch später auch nochmal hin. Jo. Die dürfen ja die ganzen Typen doch mal töten. Such den Feind. Liebe Granate. Da hast du ihn gefunden. Was und er ist noch nicht mal geschafft? Oh, ich bin auch relativ low. Ja, noch nicht mehr einen Balken. Balken. Mama's Gang, alles klar. Gut, Missionen. Ha, down. Kehre zur Arena zurück. Alles klar. Mission Accepted. Accepted. Zum Bekomme ich gleich XP Krieg für meine Granate. Oh ja, habe ich gekriegt. Ich nehme eben Munition mit. Schöne ist, bei dem Charaktere generiere ich mich auch wieder. Ich glaube, das liegt an deinem irgendwas. Das glaube ich Team Regeneration oder so. Da bis dahin ist noch nicht mehr. Oh, da bis dahin sind. Wo müssen wir denn hin? Da hoch. Wo hoch? Ich sehe das. Mir wird das gar nicht mal angezeigt. das war auch alles nur ein scherz ja mir würde noch nicht mal angezeigt dass wir da lang müssen da muss auch ein bisschen lesen ja ja kehre zur arena zurück das heißt es war klar in welchem gebiet es ist aber mir wurde dieses doch muss für alle die zu stupide sind so was trinkst du bier oder ist das ein glas das ist ich bin hier nicht so lecker ich mag lieber radler so was in der art so als ob das kein bier wäre ja es ist verdünnt es ist nicht only weil nur bier schmeckt zwar auch okay aber es ist nicht so dass es mich umhauen würde also da trinkt ich lieber cola als bier finde ich jetzt nicht so besonders sagen wir so bei man da fall ich gerade runter heil mich also du heilst mich ja wirklich krass ja ich weiß nicht warum vielleicht eine fähigkeit von mir aber heil mich mal weiter das gerät dich schnell wenn du mich heilst user joined your channel äh danke get out here jo oh scheiße user locked your channel das musste sein das war ja so klar dass das sein musste erstmal kommentar abgeben und dann dann erst gehen anstatt einfach stillschweigend zu gehen nein erstmal kommentar abgeben damit man auch dafür kriegt der nachher nochmal was ja krieg er auf die schnitz mhm grenade oh nein xp oh ich sollte meine andere waffe nehmen hier hotloader der nicht trifft ah doch er hat nur mein schnitt getroffen und ihm dabei die ganze zeit über etwas für das leben lehrt immer donnerstag zum neuen komm lass mich einfach durch 2 granaten das muss reichen immer schön im in bewegung bleiben ich bin ja ganz knapp lowlife ich gehe mal eben hier ein aber nicht die ganze zeit irgendwie passt das schon ja nicht so wie bei dem anderen wo ich die ganze zeit lowlife war ja ich lute hier gerade geld und alles schlute geld mehr als das loch im boden suchen ich bin da kommt ihr hier durch nein ihr kommt nicht durch die tür durch den mongos ich glaube wir müssen sowieso wieder denselben weg zurück man kann hier durch man kann dadurch den kleinen spalt oben ich bin schon da dann teleportier gleich mal warte mal mein letzteres mal rund rum gegangen ja so geld mal eben alles nachladen hier spricht flyboy mit einer Nachricht an dieses Alkohol von Kammerjäger ich bin die zukunft ihr Kammerjäger seid reif für die Abfahrtprämie ich bin der neue U-Boy hör zu du warnduscher ich tritt dich so dermaßen in deine I's dass du mich anflehen wirst dich auszuknipsen was bei dir fährt kann sich der Kammerjäger mit seiner Erfahrung gegen die Jugend und die schwachen Sprüche von Flyboy durchwitzen ich bin mir fast sicher aber ich tue so als wäre ich nicht um mich zu steigern er ist gerade mal 16 und hält sich deshalb natürlich für unbesiegbar du wirst ihm das Gegenteil beweisen sugar ja immer immer das sugar ja sugar es ist doch ich mags wenn er mich sugar nennt Fahrerflüchtiger Badass Rang 5 wahrscheinlich wenn man sich fremde Autos nimmt der ist für der ist für also diese N-Forcer die halten so viel aus aber sie rennen auf einen zu und das ist eher eine Schwachstelle ahm weil meine geile Handwaffe nämlich genau dafür gut ist auf Entfernung irgendwas treffen ne aber wohl auch das Grenade mein Schmess ist schon schwer dich zu treffen vor allem diese kleinen die sind fies Freischen wie er sofort tot war halt wie viele Nebencrasts wir hier gerade haben so halbes ja die drei ding also zwei davon sind wiederholbar ach ja stimmt die Autorennen und sowas Autorennen und Arenaschlacht das andere ist Tiny Tina ach 34.000 es dürfte fast mein Level Up sein oh Leute das ist geil Alter das Schild ist ja mal richtig Premium das passt sich auch noch an den letzterlittenen Schaden an ne das war mein Schuld äh mein Schild mein Schuld dass die ganze Zeit irgendwas geschrien hat er tut mir fast leid fast fast warte da gibts noch ne Nebenquest die wir annehmen können hey Kammerjäger ich hab nen Job für dich könntest du dich am Arsch lecken und dich aus diesem Krater verpissen? im Ernst du Opfer oh Gott boah die Roboter finde ich voll unnütz aber sie machen schon Damage Alter ich komme hier nicht weg ich hänge au aber den habe ich achso ok so wirds natürlich auch na du Mongo oh ja Level 29 äh ich freu ich das ne ja dann nehm ich es dir Na kam Schaben und Override Acht auf Granate ok 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 welchen nehm ich ich nehm die Pumpkan und renne ha ha stumpf komm her du Burner bam bam in your face mein Nahkampf Schaden ist momentan richtig hart OP nochmal durch das Zusatz Ding was ich dir gegeben hat ne? ja genau nein du werfst kein komisches Ding auf mich ich treffe dich auch immer mal wieder so wo sind die Feinde? da 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 ist noch jemand ja Standgeschütz oh nein da kommt was geflogen und tot dann gehen wir mal weiter im Nahkampf weiter weiter im Nahkampf weiter man ich hab das hier schon da achso wir können also wieder rein äh raus ja ja gut dann geh ich mal wieder raus nehmen wir mal das Medikit mit ups bitte da 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 das was da 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 die